hallo heute stelle ich euch wieder ein video vor wie ein altes video von früher es ist eine mod vorstellung von better diamond tools mod oder wie die auch immer heisst ja und viel spass es beginnt hallo an alle und willkommen zum neuen minecraft video heute werde ich euch den better minecraft tools mod vorstellen jetzt kommen wir zur ersten kiste ihr seht vier diamanten geben ein super diamant dann zwei diamanten übereinander oder untereinander geben vier diamantstücke wir kraften sie genau gleich wie bei den diamanten sachen einfach 1000 stück und super diamanten die macht man mit den diamantstücken mit den diamanten hier 20 testen wir mal schnell aus das tötet es vollkommen in anschlag machen wir ganz schön viele speilchen daran so so 10.000 spinnen ja super gut und hier in der letzten kiste ach nein das muss ich natürlich und hat es noch einen block den nochmals 8 gold blöcken und dann der modblock in der Mitte ich habe euch nur reingelegt egal so gut das war schon die mod vorstellung wir sehen uns dann beim nächsten mal so